Nachdem Werder Bremen gestern Abend den Verkauf von Niklas Vögrug an Borussia Dortmund bekannt gab, war eigentlich klar, dass man schon noch einen Ersatz für ihn verpflichten sollte, wobei die Zeit natürlich durchaus begrenzt war, ein Tag vor Transferschluss. Dennoch hat man nun wohl jemanden gefunden mit Rafael Santos Boré von der Eintracht aus Frankfurt, der wohl, wie es heißt, für ein Jahr per Laie kommen wird, wonach man aber keine Kaufoption besitzt. Dementsprechend ist das Ganze recht risikofrei, man bezahlt eine kleine Leihgebühr und sein Gehalt und jetzt muss man einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt in dem Video einfach unter die Lupe nehmen, inwiefern er zu Bremen passt oder eben nicht. Dazu betrachten wir zunächst einmal den Spielertyp Boré und so muss man sagen, er hatte ja durchaus eine vielversprechende erste Saison bei Frankfurt, in der man ja auch mit ihm als Stürmer Nummer 1 die Europa League gewinnen konnte. In der Saison darauf war er dann eigentlich nur noch Joker hinter Colomuani, wenn überhaupt. Und auch jetzt wird er keine wirklich große Rolle spielen, selbst wenn Colomuani verkauft wird. Da hat man einfach jetzt noch viel mehr Konkurrenz reingeholt mit einem Gangka, mit einem Mamouche. Wenn man Boré jetzt als Spielertyp beschreiben muss, ist es eigentlich gar nicht mal so einfach. Er ist ein kleiner Stürmer auf jeden Fall mit 1,74 Meter Körpergröße. Zudem ist er physisch auch nicht der stärkste, bringt seinen Körper aber dennoch recht gut rein. Und so ist er eine extrem krasse Pressingmaschine, arbeitet richtig stark gegen den Ball, war vor allem in seiner Stammspielersaison einer der besten Pressingstürmer der Liga. Und da kriegt man auf jeden Fall einen, der unermüdlich gegen den Ball arbeitet. Also falls man ein hohes Pressing spielen will bei Bremen, dann wäre er durchaus hilfreich. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das passt. Situativ macht man das schon, also von daher passt es mal gar nicht so schlecht. Ansonsten würde ich sagen, zählt auch noch zu seinen Steigen, dass er extrem spielstark ist. Also wirklich gute Steckpässe spielen kann, kann sich mal fallen lassen. Auch mal ein bisschen in den Halbräumen spielen zwischen den Ketten. Und so ist er halt einfach jemand, der sich fallen lässt. Kein wirklicher Zielspieler ist, so wie es Füllkrug war. Können wir auch hier mal schauen, im Vergleich zu Füllkrug ist es tatsächlich sehr ähnlich vom Profil. Allerdings ist halt Boree nicht ganz so kopfballstark, physisch auch nicht so stark. Und dementsprechend kann man da nicht unbedingt so viele lange Bälle spielen, wie man es bei Füllkrug getan hat. Einfach aus dem Grund, dass er sie nicht wirklich festmachen kann. Und auch seine Torjägerqualitäten haben letztes Jahr schon gelitten. Im Jahr davor ging es, aber da war er auch eher ein Spielsteigerstürmer. Nicht umsonst hat er in seiner Bundesliga-Karriere 10 Tore und 8 Vorlagen. Also fast genauso viele Vorlagen und das als Stürmer. Und das führt mich auch zu einem weiteren Bedenken. Denn so kann er einerseits Füllkrug nicht ersetzen. Und muss halt mit den anderen Spielertypen von Bremen im Sturm zusammenspielen. Von denen Füllkrug halt auch keiner wirklich ersetzen kann. Denn du hast mit Marvin Duxch, den wir jetzt hier mal im Vergleich sehen, einen ebenfalls extrem Spielsteigenstürmer. Der ähnliche Qualitäten wie Boree hat und aber auch eher ein Zuarbeiter ist. Und keiner von beiden sticht so wirklich in einem Punkt heraus, den der andere nicht in seinem Spiel zu bieten hat. Und deshalb fehlt da so ein bisschen ein Element. Denn auch ein David Kovnatsky, den man geholt hat. Letzte Saison 14 Tore und 9 Vorlagen. War da auch eher der Zuarbeiter in der Offensive von Düsseldorf. Wie jetzt der klassische Vollstrecker, der vorne auf die Bälle wartet, um sie reinzumachen. Ist Füllkrug auch nicht, aber er kann es zumindest. Und die anderen drei Kollegen hier mit Boree, Kovnatsky und Duxch haben jetzt nicht wirklich den Nachweis erbracht, dass sie als alleiniger Zielspieler funktionieren. In Zusammenarbeit können sie es vielleicht so ein bisschen kaschieren. Dennoch hast du halt nicht diesen klassischen Zielspieler drin mit ihnen. Man hat jetzt mit Duxch, Kovnatsky und Boree eben drei Stürmer, die am besten sind, wenn sie mit einem klassischen Zielspieler spielen können. Beziehungsweise so ein bisschen versetzt dahinter. Aber den Zielspieler dafür hat man halt nicht im Kader. Auch wenn man da einen Voltemade hat, der es von der Größe sein könnte, ist er es zum einen vom Spielertipp her dennoch nicht, weil er einfach nicht die Qualitäten dazu hat, beziehungsweise seinen Körper nicht dementsprechend einbringen kann. Aber auch qualitativ ist er eben nicht auf dem nötigen Niveau. Und so ist es natürlich jetzt nicht die optimale Zusammensetzung. Ich sag mal so, es kann dennoch funktionieren, aber man muss den Spielstil dafür so ein bisschen umstellen, denn du kannst jetzt nicht einfach nur noch lange Bälle nach vorne spammen. Ja, tut Bremen ohnehin nicht. Aber die Veränderung wird schon klar zu spüren sein. Du hast jetzt keinen Füllguck vorne drin, der die Bälle festmacht und der als Zielspieler fungiert. Auch wenn du mal vorne Druck machst, der dann die letzte Abwehrkette nach hinten zieht. Dementsprechend, ja, ich finde es einen soliden Transfer. Man macht nichts falsch damit und es ist auch definitiv besser, wie wenn sie jetzt gar niemanden geholt hätten. Und er wird da auch auf jeden Fall auf seine Einsatzzeiten kommen. Finanziell profitiert man natürlich, wenn man die Füllgrugeinnahmen zieht und jetzt, dass man für Boree nichts ausgibt. Dennoch ist es qualitativ ein enormer Verlust und auch vom Spielertipp wird man sich umstellen müssen, beziehungsweise im Spiel merken, was einem fehlt mit einem Füllgruge. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Bremen hat sich auf jeden Fall verschlechtert, muss jetzt auf jeden Fall schauen, dass sie die Punkte holen. Ich drücke ihnen die Daumen, auch wenn Boree nicht der perfekte Fit dafür ist. Aber mal schauen, wie er einschlägt. Das soweit meine Analyse zum Transfer von Boree zu Bremen. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Stimmt ihr mir zu oder seht ihr es anders? Schreibt es gerne unten rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.